Herzlich Willkommen Leute zurück zu GDA mit Anne, Irving, Floch, Gorda, Juli, Gabuzi, Konrad, Maru, Payne, Alex und... Das war's. Die kippen noch mal den Fuß. Ah, Alex! Da ging der Fuß. Eines! Luka-Stick. Ja, X! Nächste Woche spielt hier übrigens meine Mutter. Das ist X? Das ist X! Das ist X! Boah, Alter! Scheiße! Mein Auto bremst die ganze Zeit! Das ist die Anne! Was? Die Anne bremst? Haben wir die Strecke? Wir bremst da hier, Anne. Letzte Woche war Gamesco... Nee, war Urlaub, davor war Gamesco... Wir haben acht Wochen nicht gesprungen. Oh nein, Alter! Oh nein! Oh nein! Das hier kann ich schon wohl nicht mehr. Alles klar. Lass mir eine Anne rufen. Die Anne ist richtig an! Hier, Mittelfinger geht noch. Was ist nicht gut denn rum? Da kann ich doch nichts dafür. Mit X fängt Alex nachher an. Was ist kaputt? Das ist halbwegs richtig. Ich bin ein bisschen Agro, Alter. Ich wollte am Anfang sagen, ich hab items nicht vorgelegt, weil ich dachte nach dir ist Ende. Weil du X. Alex, also Alex. Ach so, ich bin vor items. Willst du mich auch was? Ja! Deswegen... Oh, Leute! Was hast du mit den Grünen? Da war ne Kante! Nee, ich war der Bande. Ich hab geboostet. Nee, da war ne Kante in der Bande. Wer fährt denn da hinter mir her? Brauchsam! Wie ist denn das? Na? Ich will nicht zu nah an die Flamme kommen, ne? Naja... Das war ne Kante! Warum fährst du mir jetzt weg? Oh nein, das ist wie so ein kleines Kind, das jetzt ausfasst, was passiert, wenn man da ran kommt. Oh, ich schleich dich von der Kante. Backflip! Nein, mach ich nicht. Oh, Mist. Oh, oh. Das war echt nicht gut. Ich will zu hoch. Hey, wer ist denn da neben mir? Der weiße, ist es die... Was ist denn bei der Kamera? Ja, die Flocke fällt genau auf die Kante. Ja, ich auch. Oh, gut. Aber du musst jetzt in der Luft holen. Hodder, du Stein! Du hast dich kein Stück bewegt, Alter! Nein! Gar nichts! Oh, oh, oh nein, Hodder! Dreh dich! Dreh dich! Dreh dich! Booster einfach! Booster einfach! Booster einfach! Das hätt doch geklappt! Loll! Jungs, Alex! Oh! Kannst du's fangen, Alex? Ja, Leute. Ja, ja. Aber immer wenn Erli mitspielen, ne? War zwar nicht so leicht, aber es ging doch. Boah, ist kaputz! Oh, sorry! Hab ich's nen Loopy! Hat kaputz den Nächsten rausgehauen? Oh, genau! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! So, party people, eh? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Der Trigger! Ja, der... das Übergas geht. Okay, Prost! Ich bin nicht so weit! Oh Gott, ich hab gedacht. Käferkart! Ui! Was ist der Käsekart? Wow! Oh, ich seh doch einen Schatten hier! Oh, der hat einen Schatten! Du siehst deinen! Du hast einen Schatten! Hast du keinen Schatten? Mittelfinger! Wenn die Sonne aufgeht, dann brennt du weg! Wenn die Sonne aufgeht, dann brennt du weg! Das spielt sich voll komisch! Das ist ein ganz neues Spiel auf einmal, wenn man das zwei Wochen nicht spielt! Heaven! Drei Wochen! Oh! Alex! Ich bin hinter dir! Komm zu mir! Oh Gott! Alex! Wollt Aneram, glaube ich! Nein! Oh Gott! Ado und Juli sind vor mir! Was soll denn da sein? Scheiße Kapuze! Warum? Hilfe an dir! Alex! Oh, der ist gut geflogen! Ich fliege in die Luft! Immer gut! Du bist so ein Alter! Anhalten! Oh! Ich mach den Maru! Und wer zieht da voll rein, ey! Oh! Oh! Hey! 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 Wir sind voll gedreht! Ich füße jemanden voll in die Karre! Alter! Ey! Da sag ich nur! Oh! Sag ich! Da kenn ich nichts! Du kannte! Weit! Was du vor hast! So! Wer ist denn hinter dir? Ja! Wer denn? Derjenige, weswegen ich ständig verliere! Ich bin ein bisschen ab zu klein! Ich bin's nicht, ne? Aber jetzt hinter sich da oben! Derjenige, der Hecker immer verliert! Oh! Ich fliege ewig! Kann ja jeder sein! Weil ich fliege so hoch! Zck! Decker Geiche! Okay! Jetzt machen wir den dann noch weg! Den machen wir noch weg! Nein! Nein! Den haben wir raus! Guck mal! Der kann ja gar nicht fahren! Den rupt er weg! 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 Fuck! Wer war das? Early Boy! Du musst ihn raushauen! Ja, ich bin's! Helle, Gott sei Dank! Helle! Angriff, Kapuzen, Joost! Ja, ich mach schon! Finish him! Und das schneller! Gott sei Dank! Wie schnell du da bist? Greif ihn an! Und das schneller! Ich... Ich... Die Fuß kommt! Los Kapuzen, ran! Zu! Sch... Hau rein! Gau zu! Ich wurde fertig, girli! Du! Es ist fast die Zeit! Bist du dran?! Scheiße! Okay, komm auf ihn! Oh, oh, ich treffe die Rampe nicht. Ich bin auch nicht sicher. Wo bist du? Nein. Ich nicht. Ich habe sie getroffen. Ja, ein Reifen war unten. Los, ist die letzte Chance jetzt. Ich habe sie nicht hinter mir gesehen. Es kann sein, dass mein Boost nicht weggefallen hat. Ein Glück hat dich angefeuert. Oh, Alter. Ach, heute hat er die ganze Zeit durchgespielt. Das war nicht ein mega Abschied. Ich habe GTA durchgespielt. Das habe ich auch. Am zweiten Tag. Wer ist dritter? Was ist das denn passiert? Was ist das denn passiert? Nach Merzen interessiert doch eh keinen, oder? Wer ist denn denn? Hatte Angst. Das war's. Guck dir diesen Lack auch an. Aber mutig von dir, das so klar zu machen heute. Aber mit Tattoo. Das war's. Das war's. Das war's. Da bist du auf umgehst. Sehr mutig von dir. Ja, na klar. Das war's doch jeder. So. Ande, was war'n da los? Ich sah einer Level. Wurde angefeuert. Erst hab ich sie den Boden gerannt. Wurde angeschmort. Hör da noch ein Level, dann musst du aufhören mit der Karriere. Scheiße. Ein echter Aussi. Hey. Echte Kämpfer recht hat. Echte Kämpfer recht hat. Echte Kämpfer. Ist ja nur ein Spaß an alle. Aber mit 89 kommt er die Wende. An den Sachsen-Meds-Player. Der echte Aussi hier. Das ist der Untertitel Sachsen-Meds. Der echte. Der echte eine Aussi. Also. Drift. Drift Hamper. Drift Hamper. Der echte. Der echte Aussi wäre wirklich das nehmen. Warum Danu? Warum? Das ist voll gut. Der Tropus Rallye ist der mit den 5000 Überschlägen. Das ist nicht der Tropus Rallye. Solange du nicht sagst wie das geht, zählt er nicht. Genau. Ja du machst das gleiche wie die anderen auch, nur besser. Ja du müssen aber nur nicht verraten. Nein das ist ein spezieller Effekt den manche Kauts haben. Soll ich den einfach gleich hin? Ich hab den Support abgeschrieben und hab den gesagt ich bin durchgedreht. Dann haben sie immer gesagt du machen wir dein Fastbild auch so. Alter es geht mit Lügen ab. Ich kann wieder hupen. Wer hat ne Beschriftung? Ich. Ne das ist zu schwer. Eben. Das ist genau so Julie. Ja. Na gut ich geh da mal mit der Kräfte los und mach was Altos gell. Mal gucken wie der so in der Kurve liegt. Oh Gott die zwei blauen sind vor mir. Da liegen schon einige in der Kurve. Nein. Pain war das übrigens. Genau der Richtige. Ja doch der liegt ganz ruhig. Halte. Oh shit. Kaputt. Der dreht dich mit. Das ist egal. Ich zeige dir eine Pirouette. Ich lande trotzdem auf vier. Siehst du das? Warum ist da keiner explodiert? Warum ist da keiner explodiert? War romantisch dabei ja. Ich sag das nicht. Oh. Ich hab schon. Ich hab schon. Jetzt wissen wir welche. No. Schau her da. Oh. Ist das das? Tschüss. Ich schreibe an. Heißen streit durch. Heißen ist down. Wieso down? Ich war noch. Bremsen Kapuze. Da ist eine Aktion. Oh. Ich hab nicht. Kapuze. Reins. Oh Gott. Move an Jones. Hä? Oh Gott. Ich kann nicht drehen. R1 ging nicht. Klappe. Nein. 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 Wir haben's. Duzentンレاب. Jetzt ne Scheißkurve für dich. Danke. Danke. Jetzt ne Scheißkurve für dich. Scheiße ich muss doch nur wend. Genau das war's. Ja. Neeic. Hinterher den Grünen waren wir fertig. Ja. Attacke. OO. OO. Yuchhu. Ja. Oh. Ach du. Oh er weißt ja meine Poki. Was war das für ein Pfland? runners nicht. Warum? 아무. Ihr nehmts auch! Brauuun! Wolltst du noch drauf, Dalu? Ja, ich ja, altems auch! Sehr gut! Oh, Anne! Oh, Anne! Oh, Anne! Oh, Anne! Oh, Anne! Das Auto liegt einfach nicht gut in der Luft, Dalu! Du hast so viele Stunts gemacht! Das ist der Bonnsteuler schuld! Ich krieg das auch noch hin, dass das Ding mit einem Stunt funktioniert! Ja doch, jetzt kommt! Ist das ne Abwürzel? Die anderen sind leider so weit weg! Nein, die ist sogar einfacher zu fahren! Weil ich kann, guck mal gar nicht die anderen raus da vorne! Weil du halt einfach nur geradeaus fallen musst dafür! Ja, war ne gute Rune! Komm, kaputze! Das mit Dalu vorne war übrigens nicht meine, Digga! Was ist das für die Straße? Ja, schon... Er liegt schlecht im Dreck! Er liegt schlecht im Dreck! Geht schon, Erli! Vorwärts! Hat sich gedreht! Ha, Hoda! Wer lacht, ne? Hoda du! Ja, mein Motor ist ausgekühlt! Ja! Ja, mein Motor ist ausgekühlt! Du warst so langsam. Ich bin extra die andere Rappel gegangen als im Sprung. Du musst ganz klar sein, was ich hätte. Oh, oh, morgen? Oh nein, ich bin so weit aus. Was ist morgen? Was ist morgen? Oh, morgen? Das war's schon. Wir sind schon vorbei. Oh, ich mach den Inims! Nein, ich kann mich nicht richtig unternehmen. Boah! Tony Hawk wäre stolz. Ich bin Lust da oben nicht. Ich hab keine Ahnung, ich bin 3 nicht drehen können. Leider, 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 Leider. Wir müssen das nicht kriegen. Hauptsache du bist für Early. Oh, fucker! Leute, das ist eine Art von Rennen, oder? Nee, passt doch. Einte, du bist nicht mehr für Early. Der Weihnachtsmann war da ja. Hast du gehört, Julie? Warst du schön brav? Ja, ich wollte dir das Geschenke. Warst du Goofy? Officer Doofy? Der Weihnachtsmann hat gewartet. Oh mein Gott. Meine Kaka. Ich weine neben mir. Das ist auch schon der Plan. Ja, das war der. Das war der. Das war's schon wieder mit dem Staubsauger. Leute, wenn euch das kleine Video gefallen hat, gerne liken lassen. Meine anderen vorbeischauen. Wir sehen uns im nächsten Part GTA 5 wieder. Macht's gut bis hin und ciao. Euer Christian. Ich Farbe, Oberma Ich an Haupt нам gewartet. Ich freute mich hier, dass ich den Tag erste Mal die Gebetsche 18 Uhr begann für Verhalten. Ich rief das Goldman, bis zum lernen die Gebetschef Ton, 31 00419, dass es enorm ist. Kauffje dich auf mein Düster Lie heartbreaking logistisch, was er Outside was sanct sein.